Im Prinzip sechs, sieben, acht Jahre lang war es bei mir wirklich nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wenn du wahrscheinlich in den Spiegel guckst, wirst du ja auch denken, ja Alter, ich habe richtig einen an der Pfanne. Der war mal, ich glaube, 16 Tage am Stück besoffen und ist dann irgendwie nach Katalonia, Spanien gefahren und hat dann einen Podiumsplatz geholt. Ich würde dich jetzt mal in die große Kategorie packen. Du bist ja schon ein paar Jahre da. Ja, 1,75 ist auch groß. Denkst du von dir selber, dass du Mabix vom Thron stoßen kannst? Kleine Unterbrechung, vielen Dank für euren ganz Support. Denn durch euren Support darf ich heute etwas machen, was ich schon sehr, sehr lange gehört habe, sehr häufig gehört habe und selber aber noch nie gemacht habe. Denn das heutige Video ist gesponsert von Arena Breakout Infinite. Arena Breakout Infinite ist ein Extraction Shooter. Das heißt, du ziehst hier Klamotten an, also Weste, Hosen, Rucksäcke, Rüstungen und nimmst dir eine Waffe mit rein, die unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten hat. Von Modifikation bis hin zu verschiedenen Munitionstypen. Und dann kannst du dich aktuell auf drei Karten dort austoben. Und du hast die Möglichkeit, dort eine riesige Questlinie zu erfüllen, was ich persönlich immer sehr schön finde, um einen Anreiz zu haben, außer nur reinzugehen und zu ballern. Und du hast die Möglichkeit, dort gegen NPCs zu fighten und auch gegen Spieler. Und es gibt wirklich wenige Spiele, die in mir persönlich so viel Adrenalin ausgelöst haben wie Extraction Shooter. Ich selber habe schon sehr viele tausende Stunden in solcher Art Spiele. Und selbst in der Arena Breakout Infinite habe ich über 30 Stunden Spielzeit mittlerweile und bin wirklich super begeistert. Ab dem 13.08. geht es da los und ihr könnt dann euch anmelden auf der Homepage. Aber nicht erst am 13.08., sondern ihr könnt euch jetzt schon voranmelden. Und könnt dann zum 13.08. hin dort rein in das Spiel und das völlig for free einfach genießen. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde, es gibt nämlich ein paar Änderungen. Du kannst das Spiel jetzt nämlich in vier weiteren Sprachen spielen. Du hast mittlerweile die Möglichkeit zu spektaten. Es gibt eine Killcam. Es sind noch mehr Waffen drinne. Noch mehr Ausrüstungsteile sind drinne. Das heißt, das ganze Spiel wurde noch größer, sodass du es quasi noch länger für dich genießen kannst. An der Stelle möchte ich euch noch mitgeben, dass es auch möglich ist, das Ganze mit euren Freunden zu spielen. Also ihr müsst das nicht unbedingt mit random Leuten spielen oder alleine, was auch sehr viel Spaß macht. Aber du kannst dich dort auch in einer Party anmelden und gemeinsam auf die Karte raufgehen und dann mit deinen Kumpels abends nach der Arbeit mal ein bisschen gegen den Strich rasieren und ein bisschen Spaß haben. Und dafür kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Also schaut doch mal rein. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen, als es bei Twitch ziemlich weit oben war. Denn es gab mittlerweile über eine Million Anmeldungen in dem Game. Und schaut einfach rein. Probiert es mal aus. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es geht weiter mit dem regulären Content. Bis dann, Dansen. Moinsen, Freunde der Sonne. Willkommen zu einer neuen Folge Dizzycast mit einem fantastischen Gast. Heute war sogar sehr viel gewünscht, ehrlich gesagt. Hätte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber es waren doch sehr viele Kommentare, die sich gewünscht haben, dass Dave mal vorbeikommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Dave ist da und ich darf Dave fernab von dem, was wir immer mal so gemacht haben, auch mal kennenlernen. Dave, ich grüße dich. Moin Dizzy. Ja, danke für alle Leute, die sich mich gewünscht haben. Und danke, dass ich hier sein darf. Wir steigen gleich mit dem Brecher ein und ich hoffe, der Brecher geht nicht nur 30 Sekunden. Aber Dave, einige Menschen da draußen kennen dich vielleicht noch nicht. Magst du vielleicht mal einen kurzen Abriss machen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst? Ja, also ich mache jetzt seit bald zehn Jahren meinen YouTube-Kanal Dave Gaming. Habe quasi angefangen, als ich mein Abi gemacht habe. Ich habe angefangen zu studieren und nebenbei auch noch YouTube zu machen. Und irgendwann wurde aus dem Leben bei YouTube hauptsächlich YouTube. Ja, ich habe anfangs sehr, sehr viele verschiedene Games gezockt. Alles Mögliche, jedes Genre. Irgendwann habe ich dann mich auf Rennspiele quasi jetzt nur noch eingeschossen. Weil das ist das, was mich zum Gaming früher gebracht hat. Das ist das, was mir auch bis jetzt immer noch am allermeisten Spaß macht. Und dann gab es auch so ein paar verrückte Geschichten, die dann zum Beispiel während Corona und so passiert sind. Und jetzt bin ich hier. Fantastisch. Was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf? Wirtschaftswissenschaften. Oh, ich habe jetzt wieder, ich habe so gerechnet mit vielleicht was mit Auto oder so. Okay. Hätte ich eventuell gern gemacht, aber das war halt so, hey, man möchte irgendwas sicheres haben. Ja. Und ich sage, wie es ist, ich hatte in der Schule Politik und Wirtschaft bei einem Lehrer, der so krass engagiert war. Und dann dachte ich mir, okay, das wird ähnlich cool sein. Und ich mochte auch immer diesen offenen Diskurs. Was mir nicht klar war im Studium, da lernst du einfach eine Sache. Das ist halt Frontalunterricht schlimmer als in der Schule. Dann dachte ich so, ach nö. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Abschluss in der Tasche. Also passt. Also hast du einen Master gemacht oder Bachelor? Nee, nee, Bachelor. Ah, okay. Aber hast du ja trotzdem noch durchgezogen und zu Ende gemacht, ja? Jo, jo, ja. Also was? Man bekommt immer so ein symbolisches Diplom dann. Dann habe ich meine Mutter in die Hand gedrückt und habe gesagt, das habe ich nur noch für dich gemacht. Weil das letzte Jahr war wirklich einfach nur so, ich will einfach nur Videos machen. Aber Mutti war dann stolz, sagst du. Ja, die war happy. Und dann hast du dich reingeschmissen in die Thematik, ich will eigentlich nur noch Videos machen. Das war eigentlich schon vorher so. Also die Zeit während des Studiums war auch wild, weil ich habe auch irgendwie versucht, jeden Release mitzunehmen. Damals auf Steam immer so um Mitternacht. Da gab es doch nichts mit Preview-Keys und sowas. Als ich vor allem noch sehr viel kleiner war auf YouTube und so. Und ja, dann machst du so bis 4, 5 Uhr morgens deine Videos, schneidest und so weiter und so fort. Und am nächsten Morgen um 9 Uhr oder so sitzt du schon wieder im Zug auf dem Weg zur Uni. Und dann bist du wieder zu Hause im Schnitt bzw. zockst irgendwas. Und irgendwann war das so zweimal die Woche vielleicht nochmal zur Uni gehen. Oder wenn die Klausuren anstehen, den Rest guckt man sich irgendwie online an oder versucht man sich herzuleiten. Hat irgendwie ganz gut geklappt trotzdem. Ich wollte gerade sagen, hattest du Anwesenheitspflicht in der Universität? Naja. Gar nicht. Naja, irgendwann geht man einfach nicht mehr hin. Ja, vor allem pendeln ist halt nicht meins, weil ich bin jeden Morgen von Tür zu Tür 90 Minuten hin und 90 Minuten zurück. Oh. Und das ist ekelhaft. Da war noch nichts mit Auto oder was? Ne, ne. Ich hab meinen Führerschein erst mit 25 gemacht. Du, ist nicht schlimm, ich hab ihn noch später gemacht. Ich hab mit 35 gemacht. Oh. Und wie lange machst du schon Simracing jetzt? Also hast du vorher oder nachher mit Simracing angefangen? Äh, davor. Okay, ja, genau so. Also ich hab, ich hab, ich konnte kein Auto fahren, aber ich bin virtuell Auto gefahren. Ja, ging mir genauso. Ja. Aber so 25 ist überhaupt nicht, auch nicht schlimm. So, also wenn du es nicht nie gebraucht hast. Mit was hast du denn so deine, deine Karriere als Content Creator angefangen? Also was war denn so das Erste? Also ich hab tatsächlich als erstes so drei unkommentierte Videos hochgeladen. Das war F1 2013, glaub ich, mit 2003er Mod-Autos. Oh. Und dann hab ich angefangen, irgendwie, dann kam F1 2014, was eigentlich sehr Gezo war. Ähm, dann hab ich da ein paar Hotlabs gemacht und dann hab ich mir irgendwann gedacht, hey, jetzt auch mal kommentierte Videos. Und dann hab ich, dann hab ich, äh, als erstes Spiel, glaub ich, jemals Let's Played Far Cry 4. Und dann immer mehr und mehr, dann kam, äh, Battlefield Hardline dazu, League of Legends. Ähm, dann kam auch noch Bloodborne dazu und GTA V, was, was richtig krass ist, weil ich erinnere mich noch bei GTA V, da hab ich, glaub ich, 177 Subs gehabt am Tag davor. Ich hab immer um Punkt 12 Uhr immer nachgeschaut. Und am Tag darauf waren's 255. Das war so, wow, krass, so der riesige Aufstieg. Und, ja, dann hat man so nach und nach gemerkt, okay, das könnte irgendwie funktionieren. Und ich glaube, als Zuschauer merkt man auch irgendwann, jetzt nicht unbedingt immer, wie die aktuellen Exposing zeigen, äh, ob jemand eine Rolle spielt oder ob er wirklich enjoyed, was er macht. Aber bei mir hat man, glaub ich, gemerkt, okay, ich hab meinen richtigen Spaß bei Rennspielen. Und das hat sich dann irgendwann natürlich ergeben, dass das sich so rauskristallisiert hat und dass alle anderen Let's-Play-Projekte eher so nebenher dann gelaufen sind, beziehungsweise irgendwann gar nichts mehr da kam. Ja, ja gut, ist ja auch, äh, Quatsch, wenn man da keine Lust drauf hat. Das, äh, das braucht man ja nicht machen. Ich hab's eine Weile lang noch gemacht bei Spielen, wo ich auch tatsächlich nie großartige Berührungspunkte hatte. So ein Zelda Breath of the Wild oder so, weil ich mir einerseits gedacht hab, ey, lass dich mal drauf ein. Und andererseits dachte ich mir, vielleicht kommen darüber auch Leute, die dann quasi dann da bleiben. Und das war so am Anfang bei mir auf YouTube schon irgendwie auch eine Strategie, so ein bisschen den Content zu streuen, dass auch möglichst viele Leute rankommen. Ähm, ja, ich glaub, ich würd's genauso wieder machen, aber das war schon eine stressige Zeit, weil da waren auch sehr viele Videos pro Tag, die man dann zwischendurch veröffentlichen musste, wenn man alles an Content mitnimmt. Okay. Wie viele Videos machst du jetzt so am Tag? Ey, so zwei, drei Videos pro Tag. Okay. Ja, aber also zwei, drei pro Tag ist jetzt nicht wenig? Ja, ja. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, eines ist immer geschnitten und eins ist so uncut. Das ist dann so auf dem Zweitkanal, äh, Gran Turismo 7, setzt man sich hin, zockt eine halbe Stunde, hat seinen Spaß und dann ist fertig. Achso, machst du da quasi so Karriere? Oder? Ja. Ja. Es gibt so Singleplayer-Content, äh, in GT7 und da gibt's auch sehr viel sehr coolen Kram. Ähm, also man kann zum Beispiel auch jede Woche so ein Time-Trial fahren, da musst du innerhalb von drei Prozent der schnellsten Runde sein, äh, zeitentechnisch und dann kriegst du da zwei Mio, was übrigens für GT7-Spieler auch ein ganz guter Tipp ist, wie man Kohle verdient schnell. und, ja, das, das macht Spaß. Also, GT7 bietet da viel, viel Content. Das ist ja, äh, fetzig. Und, äh, wie, wie bist du denn irgendwann, du hast ja irgendwann sicherlich gedacht so, Mensch, Racing ist jetzt, ist jetzt mein Ding. Und, bist du jetzt wirklich da super breit aufgestellt oder hast du wirklich so ein, zwei Kern-Dinge, wo du sagst so, das ist meins? Ich versuche eigentlich immer möglichst viel zu machen, bei manchen finde ich den Zugang nicht so leicht. Also, Gran Turismo ist zum Beispiel cool, weil, äh, wenn du zum Beispiel Multiplayer-Rennen hast, das ist auch so ein bisschen wie die Daily Races von iRacing oder auch wie LFM aufgebaut, jede Woche wechselt das. Wenn du Strecken hast, die dir nicht gefallen, dann fährst du halt Singleplayer. Bei F1 zocke ich halt gerne die Karriere, du hast halt ein ganz gut vorgegebenes Konstrukt und, äh, rattest da durch. Und, wenn ich zum Beispiel mir mal iRacing anschaue, dann kann's halt sein, dass mal hin und wieder mal die Strecken einem nicht gefallen. Dann habe ich auch jemanden, ähm, innerhalb meiner Mods, der hat irgendwie 8K-Rating, der sagt mir auch manchmal so, ja, die GT3-Autos, die fahren sich jetzt ein bisschen komischer und ein bisschen quatschig oder so und dann denkst du dir so, ha, weiß ich nicht, ob ich da jetzt durchsteigen will. Ähm, dann musst du manchmal auch ein Setup parat haben und, äh, Setup-Shop abonnieren. Habe ich jetzt auch nicht immer Lust drauf und zum Beispiel ein ACC, ja, da habe ich es mit jedem Update nochmal neu versucht und ich habe irgendwie auch das Gefühl, direkt zu Release da fühlt sich auch ganz gut an, aber zum Beispiel die GT2-Autos, die fährt jetzt keiner mehr. Ähm, und bei den GT3s, das habe ich, glaube ich, das Gefühl, die wurden irgendwie komisch gehotfixt und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, dann finde ich halt hier den Zugang scheinbar nicht und, weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich werde ein bisschen faul, äh, was so Games angeht und verliere schnell die Geduld, wenn ich nicht direkt den Zugang bekomme und sage, hey, ich kann auf Anhieb Spaß haben. Ja, aber das ist doch verständlich. Ja. Dafür gibt es doch die große Auswahl, wenn man jetzt sagt so, nö, ist nicht mein Ding, dann, also ich mache das auch nicht. Ja, ja, ich glaube nur manchmal bin ich auch irgendwo selbst dran schuld, wenn ich dann jetzt nicht ein bisschen Zeit rein investiere zum Beispiel, um dann wieder in iRacing oder so reinzukommen, weil ein paar Sachen, die mir dann doch fehlen bei GT7 oder so, die gibt es da schon und mal schauen. Vielleicht finde ich da den Zugang. Ich habe jüngst schon wieder ein bisschen darüber nachgedacht, da reinzugehen. Naja, du, das läuft ja nicht weg. Man kann das ja immer so eben weg und ganz gemütlich machen. Wie bist du denn als, um jetzt mal ganz weit zurück zu spulen, wie bist du denn so in diese ganze Rennsport-Geschichte reingerutscht? Also wie ist Klein Dave reingekommen? Also bei Rennsport habe ich einen Key bekommen? Nein, Spaß. Ja, den habe ich, ich habe keinen gekriegt übrigens. Echt? Nee. Immer noch nicht, oder? Nee, also ich habe schon einen, aber den habe ich von jemand anderem bekommen. Hey, lol. Okay, das ist interessant. Ich hatte, glaube ich, mal, hättest du noch mal was gesagt? Ich hatte zwischenzeitlich zwei, drei Keys irgendwie. Ach so, alles gut. Ja, war auch ganz lustig, weil die mir, egal, wir wollen jetzt nicht über Rennsport reden, dir ging es um die Anfänge. Wir können auch über Rennsport reden und machen das andere danach, also das ist kein Problem, Dave. Dafür ist das hier da, also führ dich aus. Ja, okay, dann fühle ich die Geschichte auch kurz aus. Ich glaube, die hatten irgendwie von Alpha zu Beta hatten die den Wechsel. Dann haben die einem nochmal einen Key zugeschickt. Und dann saß ich dann da und meinte so, oder dachte mir so, ey Leute, ich habe schon einen Key. Und da steht, sie haben das Produkt auf Steam bereits. Ja. Aber, was ich damals noch nicht hatte als kleiner, junger Hüpfer, war Steam. Und da weiß ich noch, ich habe zwei ältere Brüder, die sind deutlich älter als ich und die hatten eine PS1 und da habe ich Gran Turismo, das erste, und das erste Formel 1 gespielt. Und da war ich halt auch, also ich hatte wirklich schon einen Controller in der Hand, da habe ich quasi noch nichts gerallt da. Ich hatte mit zwei, drei Jahren schon einen Controller in der Hand und trotzdem, das war halt super faszinierend. Man hat auch Formel 1 immer mitgeschaut. Irgendwann ging das Interesse im Rahmen meiner Familie weg im Motorsport. Eigentlich bin ich da voll dabei geblieben. Jeden Morgen aufgewacht, wenn die Formel 1-Rennen früh waren. Mittags die Zeit freigehalten, wenn die halt spät waren. Und die Formel 1 ist so quasi mein Steckenpferd seit der Kindheit gewesen und halt auch Gran Turismo. Das wundert mich also nicht, dass das die zwei Games sind, die immer noch so bei mir ganz vorne in der Rotation dabei sind. Und ja, das war halt schon immer so faszinierend. Irgendwann wollte ich dann auch mal Kart fahren gehen und mich da beweisen. Da realisiert man recht schnell, okay, wenn man ohnehin sich ein bisschen schwer tut, über die Runden zu kommen als Familie, dann ist das sehr, sehr schwer, zu bestreitender Fahrt. Aber ja, das war so im Prinzip auch schon direkt der Einstieg. So Racing und Gaming war für mich quasi immer schon gleichbedeutend miteinander. Okay. Gran Turismo 1 auf der Playstation. Oh, das war ein Traum damals, ne? Mhm. Oh, als wenn man das erste Mal so diese Lizenzen machen musste. Das ist für mich auch eine Kindheitserinnerung. Eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Oh, wie, ich weiß, hast du Rich Racer gespielt? Das habe ich nie gespielt, glaube ich, nee. Oh, wir haben immer eine Demo gespielt damals, weil wir uns die Spiele nicht leisten konnten. Das kam bei mir dann auf der PS3. Da habe ich sehr oft die, da gab es ein Formel 1 Spiel eine Weile lang, ehe es dann irgendwann von Codemasters übernommen wurde. Ja. Da habe ich mit einem Kumpel immer die Demos gespielt. Da gab es Kanada und Spanien. Ja, das war für uns aber auch genug. Da haben wir richtig viel Spaß gehabt mit. Wir haben immer auch Colin McRae damals, ne, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Kroatien, irgendeine Asphaltstrecke und dann sind wir dir gekracht wie die Warnis immer. Ja, das ist geil. Vor allem, wenn du halt da mal so ein bisschen rankommst. Ich meine, aus heutiger Sicht gut, es ist halt nicht mehr realistische Grafik oder so. Was man damals, ich dachte so, boah, Fotorealismus. Ja. Und das sieht so echt aus alles, nur weil es zum ersten Mal 3D gab. Ja. Aber das ist ja schon faszinierend. Man muss sich halt vorstellen, es gab nichts Besseres und dann sitzt du da und das Auto neigt sich auch immer so ein bisschen in der Kurve und so und dann denkst du dir auch schon so, boah krass ey, da ist ja schon mal was dahinter. Und ja, so war auch Gran Turismo. Ich würde gerne wissen, wie gut ich damals war, weil in seiner eigenen Erinnerung war man damals schon ganz gut oder krass. Ich würde gerne wissen, ob ich jetzt mein altes Ich schlagen würde. Ich glaube, definitiv, aber... Also ich weiß definitiv, dass es nicht gut war. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber man redet sich doch irgendwo schön, oder? Nee. Dass man sich denkt so, okay. Nee, ich war wirklich scheiße. Nee, ich war wirklich tatsächlich, ich war einfach nur scheiße in den Spielen. Ich hab das jetzt gemerkt, ich hab am Samstag, ja am Samstag hab ich Fortser Motorsport gespielt mit einem Controller. Das war ungefähr genauso scheiße wie mit Gran Turismo. Also ich finde, ich... Nee, war nicht gut, weiß ich. Willst du es mal mit Lenkrad testen? War es Fortser? Ja. Habe ich schon gemacht tatsächlich. Oh, nicht besser als mit Controller? Doch schon, aber ich hatte keine Lust, im Rig zu sitzen. Okay, ja gut. Hast du das auch manchmal, dass du sagst so, oh nee, heute habe ich keine Lust, im Rig zu sitzen? Hatte so einen warmen Tagen wie jetzt, ne? Ja gut, das stört mich nicht, aber so bei manchen, wirklich bei manchen Spielen sag ich so, oh nee, mach ich mit Controller. Ich wär, ich wär auch so ein Typ, ich würd doch Gran Turismo lieber auf dem Sofa spielen, als im Rig. Mhm. Ja, ich versteh's, auch wenn ich's nicht machen würde, weil mit Lenkrad macht das schon mehr Spaß, aber ja, ich glaub bei mir ist es auch, weil ich ohnehin immer mit Controller, also ich muss immer im Rig sitzen, auch wenn ich mit Controller zocke. Also, ich hab's mir noch nicht so eingerichtet, dass ich, ja, dann quasi mich einfach an den PC setzen könnte, irgendwie an den Schreibtisch. Ja. Kommt vielleicht bald. Gibt's Gran Turismo eigentlich für den PC, ja, oder? Leider nicht, nee. Wo hab ich das denn gespielt? Achso, auf der PS4 wahrscheinlich. Ja, auf der PS4. Tatsächlich. Das neue Gran Turismo fand ich eigentlich auch ganz schön. Es waren so ein bisschen so Kindheitserinnerungen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, hast du das auch, wenn du viel so Sims-Sims fährst, dass du dann da auch nicht so, reinkommst? Na ja, gut, die Frage ist Quatsch, weil du bist ja genau drinne, aber hast du das Gefühl, andersrum auch vielleicht? Meinst du, dass wenn man viel Gran Turismo spielt, dass man in Sims nicht reinkommt? Ja. Oder vom Fahrerischen, oder? Einfach so generell, manchmal hab ich das Gefühl, dass, äh, also, wie soll ich das beschreiben? Um in deinen Worten das zu sagen, ich find dann irgendwie keinen Zugang da rein. Ich find Gran Turismo total geil. Also, ich feier das mit den, mit den Lizenzen, dass du die Kurven halt dort immer üben kannst, mit den Medaillen, und sowas alles. Aber ich find wirklich da nicht mehr rein. Weil du kannst ja ja, du kannst ja ja aber tausende Stunden reindonnern. Ja, ich, gut, ich denke, dass es irgendwie für jeden so gewisse Sachen gibt, die halt, äh, so Unzulänglichkeiten darstellen. Und ich, keine Ahnung, ich denke mal, wenn du zum Beispiel dann Gran Turismo spielst, dann denkst du dir wahrscheinlich so, okay, mit welchem Auto soll ich jetzt wohl bitte fahren? Und was für ein Event soll ich als nächstes bestreiten? Ähm, ich denke mal, dass es genau so eine Hürde darstellt, auch wenn's eigentlich keine große Hürde ist, wie, ja, in meinem Fall, wo ich halt sagen könnte, okay, dann hol ich mir halt ein Setup, das Geld dazu hab ich ja zum Glück, ähm, ja, dann hol ich mir halt einfach ein Setup und fahr halt in iRacing, so. Und ich denk mir halt so, oh Gott, wie fühlen sich jetzt die GT3s an und so weiter und so fort. Ich glaube, ich glaube, da spielt halt sehr viel der Kopf auch mit, wo man einfach sagen könnte so, setz dich mal hin und zock einfach. Ich glaube, das könnten wir uns beide dann sagen, so. Also das, äh, grundsätzlich mach ich das, äh, tatsächlich. Aber dann würd mir zum Beispiel bei Gran Turismo der Triple Screen wieder fehlen. Ja, das, das stimmt deswegen leider nicht auf dem PC, weil das wär richtig krass. Ja. Ja, im Endeffekt, ähm, weil oft so dieses Spannungsfeld aufgemacht wird zwischen Simulationen auf dem PC und dann auch Gran Turismo, zum Beispiel, ähm, womit ich halt nie ein Problem habe, ist zum Beispiel das Thema mit dem Handling irgendwie umzugehen. Also, dass das jetzt weniger realistisch ist oder anmutet, sagen wir es mal lieber so, ähm, wo ich mir halt immer denke, so, hey, solange das Spiel irgendwo mir ein nachvollziehbares Handling bietet, solange ich verstehe, was passiert, äh, was zum Beispiel bei manchen Formel-1-Games in den letzten Jahren nicht der Fall war, ja, du drehst dich halt in der 300 kmh-Kurve, da hat das Auto Anpressdruck, da, da kannst du alles machen, da kannst du einen Fels dagegen werfen, das Auto bleibt in der Kurve. Und, ähm, wenn das wirklich nachvollziehbar ist, dann hab ich auch meinen Spaß dabei, dann kommst du halt so schön irgendwie, äh, in den Flow und das ist das Wichtigste, finde ich, bei einem Rennspiel, dass du halt wirklich, wirklich, wirklich Laune mit dem Handling hast. Ja, das, ich mein, alles andere spielt ja im Endeffekt keine, keine Rolle, weil, ich sag mal, sind wir mal ehrlich, wir können ja das nicht einschätzen, ob das realistisch ist oder nicht. Ja, weitestgehend, äh, zumindest weitestgehend nicht. Also, ich hab zum Beispiel, boah, du hast dich ja auch ein bisschen in die Formel-1-Games gezockt. Ja. Und du hast ja beim Einlenken immer so ein, wie soll ich sagen, das Auto fühlt sich sehr träge an im ersten Moment. Und, ähm, ich hatte ja jetzt quasi vor ein Jahr einen Aston Martin, dann hab ich mir gedacht, okay, äh, den bin ich auch dreimal auf dem Trackday gefahren, ähm, und das fühlte sich nicht so träge an. Und wenn du halt mit einem Sportwagen, das ist ja jetzt nicht ein Rennwagen oder geschweige denn ein Formel-1-Wagen, wenn du mit einem Sportwagen quasi ein besseres Ansprechverhalten beim Einlenken hast, bei jetzt auch nicht unbedingt den niedrigsten Geschwindigkeiten, dann denk ich mir so, das sollte mit einem Formel-1-Auto noch krasser gehen eigentlich. Und das hat man ja mit dem W11, nee, W12 in iRacing ganz gut gesehen, wie krass so ein Formel-1-Auto einfach auch ist, was das Ansprechverhalten angeht. Davon hab ich halt, also muss ich ganz ehrlich sagen, von Formel-1 hab ich wirklich nicht wirklich sehr, sehr viel Dunst. Das ist, ähm, ich komm da nicht so richtig rein in diesen Sport, in der Rennsport. Das ist irgendwie auch nicht so meine Serie. Tatsächlich meine Schwierigkeiten. Was macht das denn für dich aus? Das ist jetzt mal, hol mich mal kurz ab als nicht, äh, also ich will nicht sagen nicht Fan, weil nicht Fan klingt immer so komisch, aber was, äh, was holt dich ab, was mich auch abholen könnte? Meinst du das die reale Formel-1? Ja, generell. Das ganze, ganze Thema. Du kannst in die Reale, in, 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 in das Spiel. Also als Kind war's der Sound schon mal, das ist jetzt leider weg. Ja. Aber ansonsten, ähm, ist es halt, auch wenn's oft irgendwie ein bisschen belächelt wird, oder zum Beispiel jetzt auch Rally, äh, äh, hinzugezogen wird für manche dieser Themen, ähm, das sind halt die 20 besten, sagen wir mal zumindest, Road-Piloten, die es gibt auf dem Planeten. Plus, minus, ein paar sind halt, äh, wegen des Portemonnaies da. Aber, äh, das ist so quasi von allem die Spitze. Du kannst halt, das, das Krasse bei Formel-1 ist, ähm, es kann teilweise zwei Autos geben, die exakt identisch aussehen und die sind komplett unterschiedlich schnell. Das hatte man zum Beispiel 2012, da hat Ferrari, ich glaub zum Spanien Grand Prix war das, irgendwie ein Upgrade gebracht. Das Auto sah einstens identisch aus und das Auto war plötzlich eine Sekunde oder so schneller. Das war die ersten fünf Rennen gar kein Siegkandidat und plötzlich war's das schon. Und ich find die ganze Technik, die dahinter steht, ähm, dieses ganze filigrane, was alles einen Unterschied machen kann, ähm, das ist halt so eine Besonderheit. Und noch dazu, dass du 20 Leute hast, die das Auto am kompletten Limit bewegen und wo du halt, ja, quasi die perfekte Symbiose zwischen Fahrzeug und Fahrer gewinnt dann halt. Ähm, was man jetzt gerade auch ganz gut, finde ich, sieht, äh, weil Max Verstappen zum Beispiel jetzt nicht mehr das schnellste Auto im Feld hat. Das würde der McLaren aktuell sein. Und trotzdem schafft er das halt irgendwie, keine Punkte zu verlieren zu dem McLaren, weil der halt einfach supergut performt und weil man merkt, okay, das sieht man jetzt bei McLaren ganz gut, der beste, äh, das beste Auto reicht nicht, damit du halt, äh, einen Weltmeistertitel holst. Ein bisschen eigenes Zutun muss dann halt auch schon sein. Und, ja, letztendlich, das ist halt so das Ding, die Formel 1 nennt sich ja oft auch selbst Königsklasse und ich finde, da sind halt verschiedene Faktoren, wo man halt sagen kann, ey, das ist halt so das Krasseste vom Krassesten. Und zum Beispiel, wenn man die WEC sich anschaut, wo auch gesagt wird, boah, wir haben hier ein super starkes Fahrerfeld, zweifelsohne, aber das sind halt auch zum Beispiel meistens ausgemusterte Formel-1-Fahrer, wo man sich dachte, okay, die können das Niveau nicht mehr ganz mitgehen. Und, äh, ja, insofern, die Formel 1 ist schon, ist schon krass. Also, und was ich auch sagen muss, ich finde, das Racing, weil das oft belächelt wird in der Formel 1, es gibt natürlich Rennen, die sind schnarchlangweilig, aber ich würde behaupten, das gibt's bei GT-Rennsport auch. Du hast, äh, da auch nicht das krasse Überholfest oder so und da geht's auch nicht immer hin und her und in jeder Kurve kannst du überholen, ähm, ja, und im Endeffekt, man muss irgendwo akzeptieren, wie viel Racing gibt's da jetzt und ansonsten, äh, genieße ich da quasi so ein bisschen diese Story, die sich da entwickelt, so über die Saison gesehen. Und wenn du das jetzt aufs Spiel portierst, dass du selber das so erleben kannst oder ausleben kannst? Da schreibst du im Prinzip deine eigene Geschichte, ja. Da ist es halt cool, weil du hast zum Beispiel eine Saison mit Höhen und Tiefen und auch wenn's nur eine KI ist, äh, ich finde, du kannst ganz gut gegen die Formel 1 KI racen. Ich würde behaupten, im Rennspielsegment ist die schon sehr, sehr fortgeschritten. So ein paar Sachen, wo die mal in der Kurve unglaublich viel Grip hat und in einer anderen Kurve verliert die wieder super viel Zeit, gibt's natürlich immer, weil du die KI-Stufe ein bisschen hin und her stellen musst, von Strecke zu Strecke. Aber, äh, so an für sich, ich hab zum Beispiel bei F1-24 die erste Saison absolviert und das hatte so eine geile Dynamik, weil zwischendurch hängst du halt drei, vier, fünf Rennen mal hinterher und dann hat dein Teamkollege plötzlich Probleme, dann holst du ihn wieder ein und dann kämpft ihr quasi beide irgendwie auf Augenhöhe gegeneinander. Und, ja, im Endeffekt, das hat so eine schöne Dynamik, die sich dann über, ja, so knapp über 20 Rennwochenenden dann entwickelt. Okay. Fährst du denn die Rennen mittlerweile volle Länge? 50 Prozent. 50 Prozent, okay. Volle Länge wären anderthalb Stunden, das ist halt, das ist halt schon ein Brecher. Ich, also ich weiß nicht, das ist, äh, also natürlich wird das schon anstrengend sein, aber, also man sitzt ja in der, in der Sim. Hast du sowas auch schon gemacht, die 100%er? Regelmäßig, oder? Oh, ich hab's mal quasi ein, zwei Saisons durchgezogen in der Vergangenheit. Ähm, das war insbesondere in den Games, wo ich gemerkt hab, boah, die Strategie, die macht da nochmal einen Unterschied, weil das ist das Coolste, wenn zum Beispiel zwei, drei und vielleicht manchmal sogar eine Vierstopp, wenn die genauso schnell sind wie, also wenn sie ähnlich schnell sind. Ähm, ja, und, äh, da hab ich das super, super gerne gemacht. Im Neuesten wär's vielleicht auch was, aber, ähm, ja, aktuell wäre das auch, glaub ich, zu zeitaufwendig. Und, äh, so ein 100%-Rennen hat auch manchmal ein bisschen Leerlauf, weil du kannst nicht jede Runde Zweikämpfe haben dann. Bist du denn, äh, weil du gerade so aufgeatmet hast bei anderthalb Stunden, sind dir anderthalb Stunden zu viel? Das kommt ein bisschen, glaub ich, auf den Kontext an. Also, wenn du diesen Leerlauf tatsächlich hast, also es könnte natürlich sein, dass du anderthalb Stunden das geilste Rennen aller Zeiten hast, dann wär's geil, aber wenn du irgendwann ein bisschen Leerlauf hast, dann denk ich mir so, auf die Phasen hätte ich keinen Bock. Weil gerade auch bei so Let's-Play-Formaten, dann sitzt du da und dann überlegst du dir, okay, rede ich jetzt irgendwas? Bin ich jetzt still? Und wenn du redest, dann fühlst du dich irgendwann ein bisschen blöd, auch wenn's halt der Job ist, aber du denkst dir so, okay, es passiert nichts und ich rede gerade irgendwie über irgendwas. Irgendwann ist auch Strategie oder so auserzählt. Und wenn du dann quasi, wenn du dann nicht redest, dann, das ist halt quasi tote Zeit so, blöd gesagt. Bei mir im Hintergrund wird gerade irgendwas gemacht. Ich glaube, Lauchgläser sind da. Okay, gut. Ja, ein bisschen hört man das, aber ist okay. Hau rein, komm. Ey, die Leute müssen sich gewöhnen, wir wohnen, wir, das ist, hau rein. Ja, ich muss, äh, ich muss gleich in den Westflügel, da ist es ein bisschen ruhiger. Ach so, naja, tu, Mensch. Aber das ist, du, jeder lebt draußen in der Welt und wenn dann Presto nochmal losgeht, dann ist das so. Ach ja. Nee, aber ich hoffe dir, äh, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Formel 1 näher bringen. Äh, ich glaube, man müsste einfach mal ein Rennen gucken, einfach mal schauen, vielleicht auch mal ein bisschen ein, zwei Interviews gucken, gucken, wer da vielleicht, äh, von der Persönlichkeit her einem zusagt. Aber abgesehen davon, äh, bei mir ist halt das Ding, ich bin da jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Prinzip dabei. Weil, aber, oh, ich bin fast 30, also, ich bin seit fast 30 Jahren dabei bei dem Thema Formel 1, also, ich konnte da reinwachsen so ein bisschen. Ja, verstehe, also, ich hab in meiner, in meinen jugendlichen Jahren bei RTL auch immer noch die Schumacher-Zeit, äh, ein bisschen verfolgt, aber nie so sehr. Und ich hab, ich find wirklich keinen Zugang zu diesem, zu diesem Rennsport. Also, ich glaube, ich glaube, manchmal sind's auch einfach die Charaktere, die da doch einen Unterschied machen. Äh, hab ich jetzt zum Beispiel bei der DTM gemerkt, ich kenn auch den einen oder anderen DTM-Fahrer und, wenn du da mal so ein bisschen den Zugang halt findest über die Person, dann tust du dich halt sehr leicht, die Serie dann zu gucken. Ähm, aber wenn du, wenn du, keine Ahnung, wenn du Max Verstappen hörst und das macht nichts mit dir, weil du hast keine persönlichen Verbindungspunkte mit der Person, denkst du ja auch so, ja, okay, was soll ich jetzt mit dem? Ähm, aber wenn du quasi schon lange in dieser Story drin bist, das geht ja auch alles ineinander über. So, Schumacher hat ja zum Beispiel dann gegen Alonso gekämpft, Alonso ist in der Formel 1 geblieben, bis heute. Ähm, und dann kam auch ein Hamilton dazu, man selbst war vielleicht immer für Raikönnen und der hat dann gegen, äh, Alonso gekämpft und gegen Hamilton und irgendwann, das verstrickt sich so alles so schön. Und, äh, irgendwann wird quasi die Story, oder der Antagonist in deiner Story wird dann auch mal quasi der Held, äh, so. Irgendwann fand ich zum Beispiel Alonso super cool und dann hast du halt einfach die Leute, an denen du dich so festhältst, wo du dir denkst, okay, die tragen quasi diese Story weiter, so. Max Verstappen ist so echt eine coole Socke, muss ich sagen, also, der ist sympathisch geworden über die letzten Monate, Jahre, so, dass er was er von sich gibt und wie er sich gibt. Zumindest das, was ich sehe, hat ja auch so ein paar Ecken, die nicht so begeistert sind von ihm, aber das ist mir am Ende auch egal. Ja, also ich tue mich ein bisschen manchmal schwer mit, wie er sich auf der Strecke verhält, äh, weil da ist er manchmal schon, hey, entweder du lässt mich vorbei oder wir scheiden quasi beide aus, mäßig. Mhm. Und, äh, das finde ich ein bisschen manchmal drüber und, ja, gut, Kommentare, mal, mal sind sie sehr, sehr cool, mal sind sie vielleicht ein bisschen drüber, ähm, ich konnte mich die letzten Monate auch ein bisschen mehr anfreunden. Jetzt jüngst kam eine Geschichte auf, das ist genau dieses Story-Ding, was ich meinte, jetzt jüngst, äh, ist er zum Beispiel mit Hamilton irgendwie in Ungarn kollidiert, dann hat er sich so aufgeregt über sein Team, äh, bis dahin auch schon über die Strategie und so weiter und so fort, ähm, dann hat halt der Renningenieur ihm gesagt, weil Verstappt meinte, hey, der Hamilton ist in mich eingelenkt, äh, der hat Moving on the Breaking gemacht und dann meinte der Renningenieur, ja, ich werde nicht in Diskurs mit anderen Teams reingehen, das ist einfach nur kindisch, Max. Da denkt man sich auch so, uff. Also wenn der Renningenieur dir sagt, dass es gerade kindisches Verhalten ist, dann, uiuiui. Wie alt ist Verstappen? Mitte 20? Ich glaube mittlerweile 27, müsste das sein. Ist das, äh, tatsächlich so, ja? Ich such's gerade mal. Er ist, tut, 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 tut. Jetzt bin ich gespannt. 97, am 30. September geboren. In zwei Monaten ist er 27. Naja, siehste. Da ist man noch grün hinter der Ohren. Ja. Ich glaube eh, ähm, da muss man auch so ein bisschen realistisch sein, ähm, ich glaube eh, das Formel-1-Fahrer, ähm, ein bisschen, die, du, du wohnst, du lebst ja quasi in so der eigenen Bubble. So, du hast halt die Formel-1, du hast halt, äh, bisschen was nebenher. Ich glaube so manche Sachen, die einen vielleicht erden könnten, haben Formel-1-Fahrer manchmal nicht. Und deswegen glaube ich, äh, ja, die, die sehen einfach manche Sachen ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du so einen riesen Effort reinsteckst, dass du dann irgendwann Formel-1-Fahrer wirst und wenn du das dann auch irgendwann schaffst und dann holst du Titel, um Titel, um Titel. Ich glaube, das macht halt auch was mit dir. Und manchmal ist es dir vielleicht wirklich scheißegal, was die Leute um dich herum sagen oder was die Leute über dich denken. Und eigentlich ist es auch vollkommen gut, wenn man so eine Einstellung hat. Aber, ähm, ich denke, Formel-1-Fahrer, was die in der Profession hinbekommen, krass. Aber jeder Mensch hat halt irgendwo Fehlerchen, Defizite oder sonst was so. Ich glaube, Formel-1-Fahrer ist halt auch nicht dann die ideale Person. Genauso wie Influencer. Da haben wir auch in letzter Zeit gesehen, nicht jeder Influencer ist die perfekte Person, die man sich vorstellt. Bekommst du so YouTube-Drama mit manchmal, oder? Also, ich hab dir, glaube ich, ein paar Jahre Vorsprung. Also, du hast gesagt, wie, 29 bist du? Mhm. Ja, ich bin 39. Jetzt kannst du ungefähr dir vorstellen, wie mich das interessiert. Ich glaube, ich bin da so Max Westappen. Mir ist das scheißegal. Also, ich bin, für mich selber, muss ich sagen, also ja, ich bekomme das mit. Ich sag mal so, den Braten hast du schon vor vielen Jahren gerochen. Mit ein bisschen Menschenkenntnis siehst du, dass das alles Quatsch ist. Und das, was da halt immer als zu Tage kommt, also überall macht immer den Anschein so, dass Leute so, wow, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Und dann sitzt man da immer so und denkt sich, naja, wo wart ihr denn die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre? Ist das an euch vorbeigegangen so? Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Michael Jordan hat ja die Dokumentation bei Netflix gehabt. Und Michael Jordan ist ja von der Persönlichkeit her auch so, ey, ist mir scheißegal, was du willst. Ich will gewinnen. Was du willst, ist mir völlig Wumpe. Und die Leute haben dann irgendwann festgestellt, oh, Michael Jordan ist ja eigentlich gar nicht so ein cooler Dude. Ach nee, was? Der hat das alles gewonnen, weil er total der nette Mensch ist? Nee, der Mann macht nichts anderes außer den ganzen Baselball spielen. Kobe Bryant genau dasselbe, bei Max Westappen auch. Die Menschen wundern sich halt immer, weißt du, also gerade was das Internet-Drama angeht, da sitzt halt jemand, also du und ich, sind wir mal kurz realistisch, wir sitzen von sieben Tagen, sieben Tage die Woche in einem Zimmer, verlassen wahrscheinlich so wenig wie möglich das Haus und sitzen nur hier und haben keinen Kontakt zu Außenwillen. Was denken denn die Leute so, was du für ein Wunder da vollbringst zu Hause? Natürlich wirst du bescheuert davon. Das klingt ein bisschen traurig, wenn du es so erzählst, aber ja. Nein, also was heißt, es ist traurig so, das ist einfach realistisch so. Wenn du wahrscheinlich in den Spiegel guckst, wirst du ja auch denken, ja, Alter, ich hab richtig einen an der Pfanne. Also klar, macht das Spaß so, aber du hast natürlich, wenn du nicht rausgehst und mal mit anderen Leuten sozial interagierst oder am Leben teilnimmst, dann ist bei dir, und das müssen wir mal ehrlich sagen, ist bei dir irgendwas verkehrt. Ja, so ein bisschen Defizite hier und da hat man definitiv. Ja. Dass du wenig mit Leuten irgendwie quatschst oder, oder, oder. Ja, safe. Ja, ähm, das Ding bei YouTube ist halt, ich geh irgendwie immer von mir aus, äh, als Creator und dann find ich's manchmal trotzdem ein bisschen krass, wie komisch manche Leute dann drauf sind, weil ich mir denke so, ey, also es gibt so Aktionen, wo ich mir wirklich denke so, so kannst du halt eigentlich nicht drauf sein, aber, ja, auch da wieder, das sind wahrscheinlich die Unterschiede, das sind auch andere Sphären, in denen manche Leute schweben und, äh, es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob du mehrere Millionen Subs hast zum Beispiel oder ob du halt 200.000 hast oder sonst wie und, ja, im Endeffekt, nee, was ich nur damit meinte ist, weil man auf YouTube ja auch Leute idealisiert hat, du hast jetzt auch Michael Jordan angeführt, jeder Mensch hat so seine positiven und negativen Seiten und, ja. Und man wird auch jeden irgendwie anders mal antreffen können. Kann auch sein, dass man vielleicht einen Max Rastappen trifft und der ist super cool drauf oder er ist super gemein zu einem und genauso auch mit im Prinzip jedem anderen Menschen auf dem Planeten. Ich würde sagen, wir sind alle nicht unfehlbar so, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Also ich meine, du kannst einen schlechten Tag haben und dann, äh, trotzdem nett sein und sagen, du, heute nicht, ähm, aber es ist halt immer, immer so eine Frage, also, was da, was dabei rauskommt. Also ich meine, wie gesagt, du brauchst dir die Leute nur angucken, die hocken nur zu Hause. Also du und ich, wir hocken nur zu Hause. Also, bei mir ist es wirklich so, je älter ich werde, desto mehr will ich rausgehen. Desto mehr will ich hier, also weniger hier, trotzdem noch maximal viel, aber ich will auch nach da draußen und mir mal die Sonne angucken. Einfach nur, weil mir eben genau sowas eben nicht passieren soll und ich das auch gar nicht möchte. Ich hab auch, mach du? Ja, mach du erst. Diese ganzen Diskussionen, weil du jetzt eben gerade zum Beispiel schon wieder diese WEC-Geschichte mit reingebracht hast, ne? Ich würde zum Beispiel heute gar nicht mehr mit jemandem darüber diskutieren, ob Formel 1 die, die Königsklasse ist oder nicht. Wenn du das so siehst, dann ist das für dich völlig fein. Für mich sind Rallyefahrer einfach Götter mit dem Auto. Ob die von der, ob die von der Formel 1 reingekommen sind oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Die Leute sind für mich einfach unfassbar bescheuert in ihrer, ihrem Kopf, dass die mit 200 Klamotten durch den Wald ballern und da kann jeder sagen, was er möchte. Ich kann auf der anderen Seite dich aber auch verstehen, warum du sagst, das ist die Königsklasse, weil das einfach körperlich ist, das Schweinearbeit. Und ist nicht simpel. Nichtsdestotrotz können wir beide koexistieren. Ja, und es widerspricht sich eigentlich auch nicht, wenn man sagt, hey, Rallyefahrer sind Götter, Formel 1-Fahrer machen auch krasse Sachen so. Also im Prinzip ist es halt, es ist halt nur eine andere Disziplin so. Genau. Und ja, ich glaube, man könnte sich im Internet öfter so, wie wir jetzt gerade einig sein, ohne dass man sich großartig die Haare rauft, in die Haare kommt. Aber ja, ich erinnere mich noch an frühe Forenzeiten, wo auch Playstation gegen Xbox War ein Thema war und so, wo man sich immer denkt, ach Leute. Es ist heute immer noch so. Aber das ist das Schöne am, das finde ich ist das Schöne, und ich weiß nicht, ob du das so mit bestätigen kannst, das ist das Schöne am Altwerden. Je älter du wirst, desto irrelevanter werden solche Dinge. Ja. Weißt du, weil jetzt zum Beispiel in dem Moment, ich muss dich von nichts überzeugen, du musst mich von nichts überzeugen, wir koexistieren, ich schnuppere mal an deine Welt und du schnupperst mal an meine Welt. Und dann sagen wir, okay, wir treffen uns einfach irgendwo in der Mitte. Und wenn dem nicht so ist, dann ist der nämlich so. Stimme ich zu. Also, ich wollte, was ich vorhin anführen wollte, bei mir war das halt auch so, dass ich halt zehn, im Prinzip zehn Jahre lang YouTube jetzt, ich habe fünf Jahre wirklich nur Studium und YouTube im Kopf gehabt. Alles andere war für mich erstmal irrelevant. Da gab es keinen, hast du eine Beziehung oder so oder sonst was. Das war mir vollkommen egal. Also, für mich stand erst mal im Vordergrund, ich möchte quasi mein Leben auf die Kette kriegen, sodass ich, ich meine, Auto ist jetzt auch nicht das günstigste Hobby. Da will man erstmal irgendwo hinkommen, wo man sich das Hobby auch erfüllen kann. Ich wünschte, Lesen wäre mein Hobby, weil dann käme ich deutlich günstiger hin. Ey, ich sag das nicht. Ey, Lesen kann schweinend teuer werden, mein Freund. Jetzt stell dir mal vor, Dave, du würdest da in so einem Raum sitzen, wie jetzt gerade, ne? Und du hättest da nicht einen Rick stehen, sondern da wären alles Regale. Und dann hast du da aber auch nur so richtig geile Schinken drin. Und so schön mit Widmung von Stephen King und sowas. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, also du kannst auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man es jetzt ins Extrem treibt, bei Auto kannst du sagen, irgendwann, ich will ein eigenes Formel 1 Team oder so haben oder ich will ein eigenes Rennteam haben. Ja. Ich glaube, damit ist es schwer, mit Büchern hinzukommen, welche du deine eigene Bibliothek öffnest. Man kann auch sagen, bei Stephen King mal anrufen und fragen, ob er dir dein eigenes Buch schreibt. Das ist auch alles möglich in der Theorie. Das ist eine geile Idee. Warte mal. Ja. Du, moin Stephen. Sag mal, jetzt, wo ich dich hier gerade bei Twitter an der Leitung habe, ne? Ich habe da mal eine Frage, du. Ich habe hier so eine Idee. Könntest du mir mal ein Buch schreiben? Also pass auf, der Typ hat lila ne Haare. Die müssen lila sein. Ich möchte, dass der Violettton im Farbcode jedes Mal benannt wird, wenn der Charakter sichtbar ist. Ja. 7000 Seiten, davon 3,5.000 Violettcodes. 3A. Schrägstrich. Ähm, nee, aber im Prinzip 10 Jahre lang, äh, nee, 5 Jahre lang ging es bei mir quasi wirklich nur um YouTube. Ja, und im Prinzip auch während der, gut, während der Corona-Zeit kannst du halt nicht viel anderes machen. Ich habe kurz davor fertig studiert und dann, äh, ging es halt über und im Prinzip 6, 7, 8 Jahre lang war es bei mir wirklich nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ähm, irgendwann dann halt ohne Studium, aber ich habe mir auch keine Pausen gegönnt. Ich habe auch nie gesagt, so, hey, so wie du es jetzt sagst, ich gehe mal raus, ich gucke mir Sachen an. Urlaub, kenne ich nicht das Wort, so. Ähm, und, äh, ja, so ist es dann halt schon so, dass dann irgendwo mal was fehlt, wie du schon gesagt hast. Und irgendwann gehst du dann auch mal aus dem Haus, äh, schaust dir mal ein bisschen die Welt an, schaust dir Leute an, äh, freundest dich mit Leuten an, merkst vielleicht manchmal, da kommt ein bisschen Drama auf und wie du gesagt hast, merkst, okay, das Drama ist mir zu komisch, ist mir zu cringe, würde man auf Neudeutsch sagen. Ähm, dann umschiffst du das wieder, weil dir das halt egal ist, so, weil du dir denkst, so, hey, mein Leben hängt nicht davon ab und die Leute werden irgendwie realisieren, irgendwann, ihr Leben hängt eigentlich auch nicht von dem ab, worum sie sich gerade streiten. Ja, und dann, äh, kommst du quasi so ein bisschen wieder zurück in die Schiene und holst so ein bisschen was nach von dem, was du halt die Jahre vorher verpasst hast, so. Das ist aber schön, dass du diese Erkenntnis hast. Ja, absolut. Also ich sage auch, wie es ist, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, gut, es ist auch viel komischer Kram passiert, also, ähm, von Steuerprüfungen bis hin zu, ähm, Leuten, die versucht haben, mich über den Tisch zu ziehen, äh, und sonst was, äh, da ist sehr, sehr viel komischer Kram passiert, aber das war dann auch sehr, sehr förderlich, dass man halt sagt, hey, erstens, wie bist du selbst drauf? Weil ich hatte es vorhin ja mal gesagt, so, hey, ich gehe von mir selbst aus, wenn ich über Creator urteile und ich will halt Leute nicht über den Tisch ziehen. Ich glaube, dann bist du moralisch schon mal vielen Leuten überlegen und, ähm, ja, was habe ich schon vielleicht mal im Leben erreicht und kann ich mir mal vielleicht hin und wieder mal eine Pause gönnen und mal, äh, zurückblicken und zufrieden sein mit dem, was ich jetzt geschafft habe bislang. Bist du zufrieden? Also, ich bin super, super zufrieden. Es hat lange gedauert, das auch mal zu erkennen, ähm, was man geschafft hat, aber im Prinzip, ich mache das, was mir Spaß macht, beschäftige mich mit Motorsport und, in Klammern, auch mit Videospielen so. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Videospiele und Rennspiele oder Motorsport ist für mich eigentlich immer gleichbedeutend gewesen und, ähm, es ist einfach cool. Man lernt coole Leute kennen, man hat ein super reflektiertes Umfeld, die Leute um einen herum sagen einem im Zweifelsfall auch, wenn man ein bisschen schief gewickelt ist und, ansonsten, man hat Möglichkeiten, die andere Leute halt eben nicht haben. also, ich habe vorhin gesagt, Aston Martin, so, das sind Autos, über die kann man sich im Regelfall im Leben nicht so großartig die Gedanken machen. Ähm, und das ist halt natürlich ein unglaubliches Privileg, wenn man da mal in der Position ist, dass man mal so ein Auto hat. In dem Fall war es jetzt für ein Jahr gemietet, aber trotzdem, das ist halt eine super, super geile Zeit. Wo du jetzt, äh, gesagt hast, mal, mal rausgehen. Bist du so Team Gras anfassen regelmäßig, ein, zweimal die Woche? Also, ich meine jetzt nicht Gras, Kiffgras, sondern Gras, Wiesengras. Ja, also, Kiffgras um Himmels Willen, gar nicht. Ich habe noch nicht mal, jemals in meinem Leben, mal eine Zigarette gezogen. Also, was so Drogen angeht, bin ich komplett, äh, komplett brav. Ähm, Warte kurz, trinkst du Kaffee? Nee. Auch nicht? Nee. Ich habe so meine Kleinigkeiten. Okay, okay. Ich trinke Energydrinks zum Beispiel, das ist dann mein Ding. Wenn man Zucker als Droge definieren will, dann ist Zucker meine Droge. Okay, okay. Ja, hin und wieder mal Alkohol, aber sonst nichts tatsächlich. Ah, siehst du, da kommt, da kommt alles zum Vorschein. Okay. Hey, alles gut. Was glaubst du, warum ich so schnell bin manchmal? Weil du einsäufst, oder was? Oder wegen dem Zucker? Das darfst du dir jetzt aussuchen. Ach so, okay. Also, wenn du von Alkohol schnell wirst, mein lieber Mann, dann, äh, wirkt das bei dir anders. Wo ich bei Formel 1 Storys war, mein Lieblingsfahrer, nachdem ist auch der kleine Hund hier benannt, Kimi, ähm, Kimi Raikönen, äh, der war mal, ich glaube, 16 Tage am Stück besoffen und ist dann irgendwie nach Katalunya, Spanien gefahren und hat dann einen Podiumsplatz geholt. Formel 1. Ja. Ähm, Nee, aber, äh, also im Prinzip, ich bin da super, super brav, äh, was das angeht, aber, äh, regelmäßig rausgehen, Gras anfassen, ja. Also, ich mag das auch, äh, einfach mal ein bisschen sich umzuschauen, ein bisschen das Leben zu entschleunigen und ich glaube, dass es halt manchmal echt gesund ist, weil, vor allem Content Creation, wenn du halt selbstständig bist, du kannst halt so krass in den Grind kommen. Dann kannst du halt wirklich versuchen, von morgens bis abends permanent zu arbeiten. Es gibt Phasen, da ist das für mich auch super angenehm, weil ich mir denke so, boah, cool, du kannst halt wirklich dich mal mit etwas beschäftigen, du kommst voran, aber dann gibt's natürlich auch die Phasen, wo du dir denkst so, okay, jetzt mal einen Moment kurz Pause machen, jetzt rausgehen, vielleicht nochmal die Welt da draußen sehen und das, das hilft dann tatsächlich, glaube ich mal, das mach ich jetzt halt seit ein, zwei Jahren auch zunehmend vermehrt. Zu Döder Bude und wieder zurück. Zum Beispiel, ja. Ha, 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 ha. Ah, geil, das ist immer so schön, weißt du, ich weiß nicht, ob du solche Momente auch hast, ich war heute schon draußen und dann überlegst du, was hast du gemacht? Ja, ich war einkaufen. Ha, 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 da kommst du wieder nach Hause, ne, ich war draußen heute. Ne, da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Also, meine Füße haben den Boden außerhalb der Wohnung berührt. Ne, gut, das hab ich erledigt. Zack, zack. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt jüngst so eine Phase, äh, da hab ich auch hin und wieder mal was vom Baumarkt gebraucht und Oh. Das ist auch so, glaube ich, ein Zeichen des Altwerdens. Warst du im Baumarkt hin? Weil, ja. Ja, doch schon. Und dann nimmt man so witzige Dinge mit? Ja, so ein, zwei Mal war das dann wirklich so, dass ich mir gedacht hab, so, ich guck mich hier mal um. Dann hab ich mir plötzlich irgendwann Gartenmöbel angeschaut, obwohl ich quasi, äh, keinen Garten hab, wo ich meine Möbel hinstellen könnte. Und dann stehst du da und denkst dir so, ha, und, oh, das ist, weiß ich nicht, also, äh, fand ich schon ganz witzig, aber, ja, das ist halt genau das Ding, weißt du, ein bisschen mal was entdecken, ein bisschen mal rumkommen, ein bisschen mal was anschauen, ähm, technisch gesehen hab ich im Baumarkt auch nur eingekauft, aber, hast du was gebastelt oder was? Äh, ich hab Schrauben fürs Rig gebraucht. Ach so. Ich hab wirklich, ich bin immer mit dem Ziel zum Baumarkt gefahren, außer einmal, da hab ich mir wirklich gedacht, ich guck mich hier mal um, aber, ähm, ja. Ach, Dave, schön, dass wir, dass wir irgendwie alle, also wirklich, sagen wir mal so, sehr viele Leute gleich alt werden. Also, weißt du, dieser Gleichprozess. Und irgendwann gehst du da einfach hin und willst Schrauben haben und dann kommst du zurück mit, ah, ich hab mir noch eine Rolle Gaffa-Tape gekauft. Ach ja, so ein bisschen, äh, Fischwasser fürs Auto. Ach, das stand da auch noch rum, das hab ich mir auch noch geholt. und dann so, ah, ja, 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 nochmal hier Schraube, da Schraube. Dann fängst du an, so nach einem Schrauben-Heini zu gucken und dann fährst du zu einem Schrauben-Heini, der nur Schrauben und Muttern hat, um dir dann so ein Sortiment an Schrauben zu kaufen. Ah, ja. Ach, so ein neuer Akkuschrauber, das wäre jetzt eigentlich auch ziemlich geil, ja. Also, es gibt Leute, die sich nur auf Schrauben spätzt, die sagen, geil, da muss ich mal besuchen. Ey, tatsächlich, und du wirst dich wundern, wie günstig Schrauben sind, wenn du nicht in den Baumarkt gehst. Echt? Ja. Ich musste das auf die wirklich ganz harte Tour lernen. Ich hab, äh, als ich mein erstes Rick hier bekommen habe, äh, hatte ich mir, ich hab 100, 100 M8 Schrauben bestellt, weil ich mir gedacht hab, gut, die wirst du schon nochmal brauchen. Und irgendwann stellst du dann fest, ja, ich brauch nochmal M10, da brauch ich noch M6 und M4, dies, das, das, das und dann bin ich in den Baumarkt gegangen und hab mir M6 Schrauben geholt. Und das war übel teuer. So, und ich ja, also glücklicherweise, meine, mein Freundeskreis besteht grundsätzlich fast ausschließlich nur aus Menschen, aus dem Handwerklichen. Ein paar Leute machen auch nochmal, äh, was anderes, aber ein Großteil von denen ist Handwerker. Und dann ruft mein, äh, einer Kumpel an, ah ja, bist du eigentlich komplett bescheuert? Wieso? Na, du kaufst dir 6 Schrauben für 5 Euro, zieht's bei dir dann komplett in der Birne? Ich so, wieso? Ja, Mga, geh doch zum Schrauben-Heini. Ich so, was ist ein Schrauben-Heini? Na, der verkauft nur Schrauben, nix anderes, da kriegst du ein Kilo für 2 Euro. Ich so, ah, Telefon aufgemacht, wirklich Schraubenhandel gesucht, und dann gehst du zu einem Schraubenhandel und dann kaufst du halt einfach kiloweise Schrauben. Und jetzt guckst du und wirst wahrscheinlich einen Schraubenhandel finden. Das Erste, was mir angezeigt wird, ist Schraubenhandel führt, das ist so ungefähr 300 Kilometer von mir weg. Ja, muss ja, gibt ja auch, also, die haben manchmal auch andere Bezeichnungen, Eisenbahn oder so, gibt's auch, aber das ist, sag ich dir, wie es ist, Dave, das solltest du auch nicht bestellen. Das ist so ein Prozess, so ein männlicher Prozess, da reinzugehen und zu sagen, so, ich hab jetzt 2 Kilo Schrauben gekauft. Ja, genau. Deswegen wollte ich fragen, als du 100 M8 Schrauben bestellt hast, hast du die bestellt? Ja, ich hab die damals zu meinem Rig mit dazu bestellt, ja. Tatsächlich. Okay, ja, ich hab auch früher immer bestellt, mittlerweile sucht man sich halt die Anlässe rauszugehen, ne? Es, ey, es ist wirklich, es ist original so. Ich hab, ich hab so wenig wie möglich nur noch bestellen, sondern ich sag, ey, ich geh einfach in den Laden so. Also, außer jetzt so, wenn das exorbitant teurer ist, dann ist das nachher natürlich so Quatsch. Also, ich mein, ich würd mir ein MacBook jetzt nicht unbedingt beim Mediamarkt kaufen, sondern, das ist ja, ne, also solche Sachen nicht. Aber ja, tatsächlich, ich hab aber auch mittlerweile so viel Schrauben, Dave, äh, also ich hab... Neue Anlässe. Ja. Neue Anlässe zum Hauptbaumarkt zu gehen. Mann, ich hab, ach, das ist alles Quatsch. Ich hab 3D-Drucker und dann druckst du dir solche Schälchen und dann hast du wirklich so eine komplette Schublade voll mit Muttern, Schraube und Unterlegscheibe und die sind wirklich so sortiert und dann ist das alles beschriftet von oben bis unten und ich hab wirklich von M10 bis M2 Schrauben, Muttern, Unterlegscheibe, alles da. Und Nutsteine auch noch. Okay, das ist geil. Ich find's super, weißt du, wir beide Simracer, beide, ja, meine Erwartung, wir reden über Motorsport, worüber reden wir? Schrauben. Naja, das ist halt so ein Prozess, glaub ich, das gehört ja auch immer dazu. Ich sag ja, es ist so ein Gespräch, deswegen find ich das immer so toll, wenn man einen Podcast nicht forciert, sondern du lässt dich einfach mal treiben. So, jetzt weißt du, dass es eine Schraubenheine gibt. Ja, ja, also, werd ich demnächst mal vorbeischauen. Gibt's von dir eine präferierte Schraubenart? Okay, fahr fort, ja. Insechskantschlüsse, Kreuzschlitz, Torx. Ja, Insechskant. Ja, ich bin auch Team Insechskant. Ja, Insechskant und dann, ich glaube, das sind diese Silbernen, sind Vollzink, ja, Vollzink, Silber und dann ordentlichen Kopf, weil die hab ich auch, die Maße von diesen Schrauben hab ich auch alle aufgeschrieben, hier, falls ich mal für einen 3D-Druck irgendwas machen muss, weil ich davon so viele habe. Oh Mann, ey. Du, das ist alles, weißt du, Dave, das ist alles so eine Scheiße, aber Erwachsenwerden ist so geil, weißt du, das ist so, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, die gucken dich immer an wie ein Auto, weil die das alle so in ihren Zwanzigern haben, die das schon gemacht, währenddessen wir halt nur zu Hause gehockt haben und unseren Scheiße gemacht haben, weißt du, und dann erzählt sie, oh Alter, ich war letztens beim Schrauben, Heini, oder wie du jetzt so, ich war beim Baumarkt, weißt du so, ich war beim Baumarkt, und dann irgendeiner sagt so, hä, ich hab mir mit Mitte 20 oder Anfang 20 hab ich mir schon 10 Liter einmal Farbe geholt oder so, und dann, pass auf, bei Farbe geht's ja gleich weiter, es gibt einen Farben, Heini. Ach, echt? Es gibt extra Läden, wo es nur um Farbe geht und nicht im Baumarkt Farbe kaufen. Okay. Sag ich's dir gleich, es gibt, du musst dir immer merken, es ist so eine Grundregel fürs Altwerden, es gibt für alles einen Heini, für alles. Und der hat einfach die besseren Preise und die bessere Qualität wie im Baumarkt. Kaufen die dann auch, äh, quasi die eigenen Produkte an, so wie GameStop und sagen, ja, Fünfer und das ist gut bezahlt, so der LKW voller Farbe? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich war noch nie bei einem Farbenheini, aber meine, als ich mein Büro gestrichen hatte, hat mein, äh, mein bester Kumpel gesagt so, warte mal, nee, nee, lass mal gut sein, ich hab hier einen Farbenheini, der macht das für uns. Du hast auch ein bisschen einen grauen Ton, ne? Ich hab hier einen grauen Ton, ja. Schön, schön, gefällt mir. Ich wollte erst, äh, dieses Navy Blue haben, tatsächlich, aber davon wurde ich, ähm, überzeugt, das nicht zu nehmen. Kennst du Navy Blue, dieses ganz dunkle? Ich hab auch früher überlegt, dunkelblaues Zimmer muss doch übelst geil sein, weil es so schön kühl ist, oder? Ja. Aber das haben, da haben sie mir jetzt, äh, haben sie mich von abgebracht. Und das ist auch ganz gut so, also es ist schon sehr dunkel sonst. Hm. Tatsächlich. Hätte ich hier kein Problem mit, glaube ich. Wobei, meine Designphilosophie hier gerade eher ist, äh, möglichst klinisch weiß haben. Normalerweise, White Mode, furchtbar alles, aber irgendwie finde ich, das hat sowas, das hat sowas, äh, cleanes. Sauberes. Ja. Ich find das auch, ich find dein Hintergrund schon seit eh und je, find ich schön. Ich find das auch geil, wie hinten immer alles noch mehr wächst, was so in den Regalen drin ist. Ja, also mittlerweile sind's auch, also mittlerweile ist es fast schon dreilagig, ist fast wie Klopapier. Ja. Ähm, oh, das wäre nächstes Thema, was wir gerade schon können. Klopapier? Ja, wie viele Lagen soll das haben? Vier mit Mandelmilch. Mit Mandelmilch? Ja, es muss sanft, äh, zwischen der Ritze gleiten. Ich hab, ähm, als ich das erste Mal mein Herkunftsland besucht habe, Armenien, 2002, das war ein riesen Kulturschock, weil die haben da halt wirklich dieses komplett, boah, wie soll man das nennen, also, es wirkt halt, als hättest du gerade quasi so ein, Schuldiktate genommen, hättest du sie quasi zusammengepresst und quasi abtrocknen lassen zu Klopapier. Boah, furchtbar, also das ist wirklich dieses, das ist fast wie Schleif, äh, hier Schleifpapier gewesen. Furchtbar. Und seitdem dachte ich mir auch so, okay, dem Poppes muss es gut gehen, da spare ich nicht dran. Besser ist. Ne, aber hier sind mittlerweile so viele Sachen auch, also ich wachse langsam auch aus diesem Raum heraus, wobei ich mir da schon überlege, äh, wie ich da jetzt das Alternativ noch gestalten kann. Also ein paar, äh, paar Umänderungen wird es hier noch geben. Ich hab da jetzt tatsächlich auch ausgedünnt bei mir. Hab ich auch schon mittlerweile überlegt, aber dafür gibt's so ein paar Sachen, die ich zu gerne mache. Und, äh, zum Beispiel die ganzen, also vor den jeweiligen Konsolen stehen irgendwie immer so Lego Speed Champions überall da. Ja. Äh, die baue ich zu gerne und die stelle ich mir auch dann zu gerne hin. Ja. Aber, ja. Ich hab letztens mal einen Zweitrig eliminiert, weil ich mir, äh, weil ich quasi jetzt Playstation und PC-Rig an einem habe. Vielleicht werde ich jetzt doch nochmal einen Zweitrig, äh, mir bauen. Thema Ausdünnen, ne? Äh, weil ich nochmal einen neuen Lenkradhersteller vielleicht testen möchte demnächst. Okay. Ähm, ja. Also Ausdünnen, die Idee ist da, Umsetzung schwierig. Aber auch da wieder Thema älter werden, ne? Irgendwann, in spätestens zehn Jahren, wenn ich da bin, wo du gerade bist, dann kann ich wahrscheinlich auch sagen, ich hab erfolgreich ausgedünnt. Naja, also ich will jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich erfolgreich ausgedünnt habe. Also, ich mein, mein Wohnzimmer ist aus meinem Wohnzimmer ausgezogen, damit mein Büro hier rein kann. Das ist aber eigentlich auch smart, weil du kannst es doch sicher von der Steuer absetzen und dann hast du den größeren Raum. Ja, theoretisch ist das möglich, aber es geht halt einfach darum, dass, ja, Ausdünnen ist immer ganz gut und schön, aber irgendwann kommt wieder was dazu und ach, wem erzähl ich das? Ich mein, weißt du, du bist dein zweites Week, bist du losgeworden, jetzt willst du dir wieder ein neues holen, um was auszuprobieren. Es ist immer, es ist immer dasselbe. Ja, ja, ich sag mal so, dass, äh, der Hersteller, mit dem ich gerade unterwegs bin, da ist, äh, ein bisschen was vielleicht noch ungewiss für die Zukunft. Deswegen, ja, äh, gucke ich mir nochmal, eine Alternative an, falls da irgendwie, es heißt, hey, ähm, wir, wir bieten jetzt nichts mehr an. Nee, das wird nicht passieren, glaube ich. Ja, also wir können ja Klartext ansprechen, äh, es geht um FanaTec, äh, Ja, brauchst du dir keinen Kopf machen. Ich, ich denke auch. Also, im Zweifelsfall übernimmt Corsair und dann wird es eins zu eins übernommen. Ich weiß ja nur nicht, wie die Vertriebsstruktur sich großartig ändern wird, weil, bin zum Beispiel auch Affiliate bei FanaTec. Ja. Und, äh, ja, da überlege ich mir dann halt schon so, hey, was ist jetzt, wenn die Lieferanten oder so, wenn da ein bisschen was ist, oder, oder, oder. Mal schauen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, eine zweite Option zu haben, die man sich offen hält. Ja, aber du brauchst ja was für die Playstation, oder nicht? Das, deswegen ja wieder zwei, Trick. Ach so, dass du quasi eins, äh, für den PC machst und eins für die Playstation dann? Ja, das hatte ich bis jetzt auch schon so. Ah, okay. Ach so, du willst dann quasi das, was jetzt gerade da alles ist, für die Playstation da rüber hieven und dann nochmal für den PC eins extra, oder wie? Ah, okay. Also jetzt habe ich es gerade für PC und Playstation zusammen. Ja, ja. Davor hatte ich hier das Podium DD. Ja. Und da hinten hatte ich quasi dann das Logitech DD. Ja. Was ich tatsächlich recht angenehm fand, äh, für Playstation-Nutzung auf dem PC. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen niceres, krasseres, feineres, aber, äh, für Playstation war das richtig gut. Und jetzt mal gucken. Also, die RIG-Situation ist noch nicht final geklärt, glaube ich. Hm. Ich bräuchte eigentlich genau wie du eine Wohnung, wo ich dann quasi das Wohnzimmer, schön zum Büro oben funktioniere. Das wär was. Ey, ich, 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 ich setz dir hier kein Floh ins Ohr. Ich setz dir hier kein Floh ins Ohr. Nee, nee. Den Gedanken, den gab es schon länger. Also, wenn ich eine Bude habe, dann wird das Wohnzimmer quasi definitiv das Büro sein. Ja, ich finde das, also ich persönlich mag das, weil es, naja, die beiden stehen halt hinten. Weißt du, da ist das alles so aufgeräumt und ordentlich. Mag ich halt, äh, ganz gern. Ja, sieht gut aus. Das ist auch, äh, ganz, ganz angenehm, wenn mal jemand da ist, zu Gast oder so. Kannst gerne vorbeikommen, kannst dir alles mal durchtesten, falls du dir was kaufen möchtest. Ich hab, äh, einiges hier zum Ausprobieren. Sehr gerne. Ja. Also, ich denke, das, ja, hier, das da, das könnte ja auch Spaß machen. Das Kleine. Möglich. Möglich. Du bist aber über der Grenze dann quasi, ne? Okay. da müsste ich in die Schweiz fahren. Wie ist denn das bei dir jetzt so für die, für die Zukunft, Dave? Wir haben jetzt so, so ein bisschen ja schon gemerkt, dass so weniger Computer, also, weniger, in Anführungsstrichen, mal raus. Was ist so dein, dein Zukunftsplan für die nächsten paar Jährchen? Hast du dir darüber schon ein paar Gedanken gemacht? Ich werde es zum Teil so ein bisschen nehmen, wie es kommt. Ich glaube, das muss man immer. Ja. Meine Überlegung war halt jetzt, äh, so ein bisschen den Shift zum realen Automobil zu machen auch. Mhm. Ich muss aber da halt leider gestehen, dass es halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und das, ja, dass so ein sehr langsamer Prozess erstmal werden wird, ehe man da hinkommt. Äh, ich meine, du brauchst ja auch für etliche Kamerashots oder so. Ich hab letztens eine Review aufgenommen draußen und wie oft da Autos entlang fahren und allein deswegen nimmst du halt das neue auf und, äh, ja, brauchst du halt schon ein paar Stunden hier und dafür und, äh, ich sag mal so, ich bin mit dem, wie es jetzt aktuell ist, happy. Also ich könnte mir vorstellen, das auch, äh, lange Jahre weiterzumachen. Frage ist natürlich immer, kannst du das machen? Ist das Interesse da? Äh, sowohl an dem Content als auch an der Person. Und deswegen, wie auch schon beim Thema Rick, ich hab da gerne immer noch so eine zweite Alternative im Kopf und, ja, mal schauen. Also, reales Automobil wäre halt schon ganz geil, weil, äh, ich, im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Rennspiel, nur dass du es halt in Real Life machst und dass du keine Rennen fährst, logischerweise. Also, aber das Gefühl ist ja quasi dann ein ähnliches so. Ja. Das ist doch ein sehr schönes Vorhaben. Also willst du denn irgendwie Autos reviewen oder willst du richtig Rennen fahren so? Am liebsten beides. Am liebsten beides auch noch? Ui, da hast du ja mal was vorgenommen. Ja, also, ich schließe halt aktuell nichts aus. Ich, äh, denk mir halt so, hey, mal gucken, wo die Reise hingeht, weil, manchmal kannst du gar nicht, äh, so doof denken, wie Sachen passieren. Äh, ich hab zum Beispiel, ähm, mir letztes Jahr halt ein Auto gemietet für ein Jahr und auf Basis dessen bin ich quasi zu einem anderen Autohersteller gekommen, zu Porsche dann, äh, weil ich mich da mit dem, äh, Kollegen irgendwie über mein Auto unterhalten habe, über den Aston Martin und dann, dann vernetzt sich das irgendwie so ganz, ganz komisch, wo du dir denkst, so, wie ist das jetzt passiert eigentlich? Und wenn jetzt das als nächstes ein Kontakt, äh, kommt zu einem Rennsportteam, und die sagen, hey, äh, wir hätten Bock, dass wir extra Social-Media-Reichweite bekommen oder sonst was, hättest du Bock, Rennen für uns zu fahren? Und sage ich, ja, klar, machen wir. Und dann sitzt du plötzlich halt in einem Rennwagen. Könnte aber genauso gut sein, dass jetzt vielleicht irgendwie zwei, drei Autohersteller auf einen zukommen und sagen, hey, wir fanden dein letztes Review zu deinem Auto sehr cool, hättest du Bock, vielleicht unser Auto zu reviewen, wir hätten Bock, ähm, quasi dann die Reichweite mitzunehmen, et cetera, et cetera. Ja. Ich denke, die Möglichkeiten, die sind da doch schon sehr, sehr groß. Also es gibt viele Möglichkeiten, äh, insofern, mal schauen. Ey, würde ich dir, würde ich dir gönnen. Also wünsche ich dir, Dave. Denn, ich meine, hast du ja jetzt viele Jahre, äh, gemacht und gebuckelt, aber denke mal dran, ne, die Zeit und so. Es wird nicht mehr, es wird weniger, je älter du wirst, also. Das Schöne ist halt, wenn man halt auch wirklich mal zum realen Automobil dann so ein bisschen kommt, äh, dann kannst du halt beides kombinieren. Du kannst halt rausfahren, dann kannst du halt irgendwie zum Baumarkt, dann kannst du deine, dann kannst du deine Review machen, während du beim Baumarkt bist oder so, ähm, oder, also, was ich mir halt wirklich überlegt habe, jetzt, äh, dann unironisch, du kannst halt wirklich dann auch mal in andere Städte. Und wenn du dann jedes Mal ein neues Setting hast, zum Beispiel für so ein Auto-Review, das wäre halt schon ganz cool. Und wenn du dann das alles irgendwie kombinierst, ich, ich glaube, da geht was. Und ich kann mir das auch sehr, sehr schön vorstellen. Und du hättest halt, wenn du so ein Auto-Review machst, du hättest halt einen Anlass auch, um aus dem Haus zu gehen. Kannst halt sagen, hey, ich muss jetzt Auto fahren, weil ich muss ja meine Meinung zu diesem Auto zum Besten geben. Das klingt immer so dramatisch. Ich muss ja jetzt rausgehen. Lass das mal kurz sagen. Ich muss ja jetzt rausgehen. Nicht so, ich möchte jetzt rausgehen. Geil, ich kann endlich rausgehen. Ich muss ja jetzt rausgehen. Ja. Ja. Ja, also. Ich verstehe das voll. Ich möchte das aber nur noch mal kurz so in die Perspektive für die anderen Leute rücken. Nicht, dass wir jetzt nachher am Ende aussehen wie totale Kackbratzen, die so komplett am Leben vorbeilaufen, weißt du? Weil das sind wirklich, wenn du dir mal darüber Gedanken machst, das sind so, das ist ein Wort, was du tauscht und das hat eine ganz andere Bedeutung dann, was du sagst. Mhm. Ich muss ja dann rausgehen. Aber dann auch so in dem Ton, ich muss ja rausgehen. Ja, ey, also an sich ist es ja nicht schlimm, aber stell dir mal vor, da kommt irgendwie, hier, iRacing, ja. Week 1 fängt wieder an, du hast super geilen Content und dann so, ja, aber der Skoda Octavia muss auch nochmal gereviewt werden, ähm, dann denkst du auch so, hm. Oh, das hab ich ja, Entschuldigung, Mottu. Jetzt muss ich quasi das Spiel unterbrechen, um in echt, äh, rauszugehen. Ja, dann, dann ist es wirklich ein Müssen. Also, du hast bestimmt auch so, so Momente, wo was passiert und du willst das unbedingt, du kannst das gerade nicht, oder? Hm, kannst du mal ein Beispiel nennen? Ja, ich hab, äh, letztens war ich gerade, äh, auf einem Sommerfest, äh, bei Denzu, im Simmeray Shop, das war unglaublich schön dort, aber wir wollten auch 24 Stunden Rennen fahren, so. Oh. Und dann war ich halt beim Sommerfest und das war alles so tight geplant, äh, da hatte iRacing dann Probleme und der Start wurde dann verschoben auf den Abend und ich konnte dann aber, aufgrund der Tatsache, dass am Sonntag auch was geplant war, konnte ich dann meine regulären Stints nicht fahren. Das heißt, für mich ist das Rennen ausgefallen, das 24 Stunden Daytona-Rennen. Und das, das hat mich so geärgert irgendwie, aber es war alles so tight beieinander, dass das irgende, das war halt einfach nicht machbar. Und dann hab ich mir gesagt, ach scheiße, Alter. Das, das ist echt doof jetzt. Jetzt kurz, Sommerfest, 24 Stunden Daytona. Im Sommer? Ja, also das Sommerfest war bei Denzu im Simrace Shop und Daytona war, äh, 24 Stunden Daytona war in iRacing. Aber ist das 24-iger in, äh, iRacing nicht immer im Januar oder Februar? Ja, es gibt, äh, gab mehrere dieses Jahr. Ach so? Oh, das wusste ich nicht. Ja. Verdammt. Es gibt, äh, es gibt eine neue Serie, die nennt sich, oh Gott, äh, Conspid Endurance Series, glaube ich, heißt sie. Da gibt's auch dieses Jahr Le Mans am 17.8. Das ist ja für dich, glaube ich, auch nicht so. No. Sie, aha, guck, wir haben das Beispiel gefunden. Ja, da bin ich am Nürburgring. Oh. Da muss ich, da muss ich zum Nürburgring. Ja, da ist auch jemand anderes am Nürburgring, der gerne fahren würde, aber du kannst ja vielleicht nachts denn fahren. Du bist auch im Nürburgring, oder wie? Ne, ich nicht. Ne, 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 aber einer aus unserem Team, der wird da auch gerne mitfahren und dann sagt er so, naja, nachts denn vielleicht, oder morgens. Ja, ja, okay, dann hat sich das mit dem 24 Le Mans erledigt. Schade. Also dieses Jahr lasse ich mir das nicht nehmen. Letztes Jahr konnte ich es leider, ja, war es letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war ich selber in Le Mans, da konnte ich das nicht fahren. Oder war ich auch traurig, bin ich ganz ehrlich. Ey, so geil Le Mans auch war, ne, aber ich war wirklich traurig, dass ich das selber nicht fahren konnte. Ja, das ist, das ist halt immer so ein Ding, wie jonglierst du quasi damit rum? So, ist halt jetzt quasi, also jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Du hast halt immer so eine Sache, die verpasst du dann. Ich muss aber sagen, ich bin dann froh jetzt am Nürburgring zu sein. So klar, 24 Le Mans wäre super geil. Vor allem, ich bin jetzt schon länger kein 24er mehr gefahren. Aber, ich glaube seit 22 nicht mehr. Aber, äh, grundsätzlich, ich werde dann halt bei der DTM sein am Nürburgring. Das wird halt auch saucool sein. ja, dann hat man halt seinen Spaß dort. Und, eine Sache, die du gerade gesagt hast, äh, Thema, äh, sehr knapp und eng kalkulieren, das ist so eine Sache, wo ich mittlerweile für mich, äh, beschlossen habe, wenn ich zum Beispiel so einen Anlass habe, ich hole zum Beispiel jetzt, äh, im September wahrscheinlich dann mein neues Auto ab. Und, äh, wenn ich dann quasi das so mache, dann, äh, gucke ich quasi, wie der Zeitplan ist, weil der geht erst, ich packe ihn erst aus, dann geht er zum Folierer und dann hole ich ihn ab. Und, ich lasse mir da Zeit. ich will quasi nicht mehr dieses Gehetzte haben, weil, wenn du dann wirklich mal irgendwo verspätet bist oder im Stau bist oder so. Und, du hast es ja vorhin selbst angesprochen mit dem Sommerfest, wenn du da bei der Rückfahrt irgendwie in der Vollsperrung reingerätst, dann ärgerst du dich so sehr. Ja. Und deswegen denke ich mir halt immer so, ey, ich plane da jetzt einen Tag im Zweifel extra ein. Ja, und was auch, was ich auch gemerkt hatte, relativ früh tatsächlich, war halt Thema Müdigkeit beim Autofahren. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich schlafe aus, bevor ich Autofahre immer. Weil du machst im Zweifel einmal, nicht richtig auszuschlafen und dann nie wieder. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, äh, Dave. Wirklich. Also, das hat bei mir auch lange gedauert, um das zu verstehen. Ich habe das jetzt die, letzten paar Wochen habe ich das gemerkt, weil ich das da nicht so gemacht habe. Das ist, da kommt meistens auch nur Kacke bei raus. Autofahren oder? Nee, nee, generell, allgemein sich Zeit zu nehmen und nicht mal alles so eng zu takten. Ich habe zum Beispiel früher meinen Stream angefangen und währenddessen der Stream anging, habe ich Frühstück gemacht, währenddessen Frühstück gegessen und dann angefangen. Heute ist es so, heute mache ich eine Stunde vorher Frühstück, trinke meinen Kaffee in Ruhe und dann starte ich erst rein. Und das ist so viel angenehmer und schöner. Das war eine sehr schöne Erkenntnis. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, gut, ich habe leider aktuell keine festen Streamzeiten zum Beispiel. Ja. Aber das ist halt auch irgendwo dann Teil dessen, dass du dir halt einfach die Zeit nimmst, die du brauchst. Und keine Ahnung, ich fände es jetzt doof, wenn ich sage, okay, in einer Viertelstunde geht der Stream los, ich muss aber noch was essen und ich muss noch mal mit dem Hund raus. So eins davon muss leiden. Du kannst halt nicht vier, fünf Stunden streamen, ohne was zu essen. Ja. Aber den Hund willst du auch nicht zu Hause lassen. Und deswegen denke ich mir dann, hey, im Zweifel geht halt der Stream eine Viertelstunde später los. Ja. Aber dann hast du halt beide Aufgaben erledigt. Ja, und genauso auch Thema Reisen. Es ist so viel angenehmer, wenn du wirklich sagst, hey, ich komme an einem Vorabend an, so ab 200, 300 Kilometer Reichweite oder so. Weil da ist mir auch schon mal passiert, dass du eine Stunde, zwei Stunden in der Vollsperrung stehst oder so. Man kommt am Vorabend an und am nächsten Tag kannst du halt wirklich ganz entspannt quasi zu deinem Ziel hin. Oder wenn das halt eine Veranstaltung ist, die abends ist, bleibt die Nacht dort und fahr am nächsten Morgen erst zurück. Es kostet Zeit, es kostet Geld fürs Hotel. Gut, das kann man von der Steuer auch noch absetzen, aber am Ende hast du so viel entspannteres Leben und ich glaube, das ist das, was ich wirklich so über die letzten zwei Jahre, ein, zwei Jahre so für mich die Erkenntnis gewonnen habe. Je mehr Entspannung du ins Leben reinbringst, wo du es kannst, desto besser geleitest du durch den Tag. Ja. Das ist eigentlich der, das ist eigentlich wirklich super, um hier das Gespräch Feierabend zu machen. Ich glaube, es kann heute, es kann nicht weiser werden, Dave. Es kann einfach nicht weiser werden. Aber, ja, mach du, du wolltest anfangen? Ja, nee, nee, alles gut, ich wollte nur einen dummen Gag machen. Ja, mach doch einen Gag. Moment, da muss ich das T-Shirt kurz reinhalten, da muss ich noch weiser, das ist auch ein Instrument. Ah ja. Dave, wir haben hier in diesem Podcast ein Minispiel. bist du damit wahrscheinlich nicht, kennst du nicht, ne? Nee. Es ist so, dass wir uns mit anderen Creatoren auf eine humoristische Art und Weise ein bisschen bekämpfen in den Kommentaren. Und das läuft wie folgt, das ist jetzt nicht irgendwie auf Beef ausgelegt, aber die Creator oder die Gäste sagen am Ende eine Zahl an Kommentaren, die erreicht werden sollten. Und dann haben wir quasi so ein Ranking dafür und aktuell ist es so, also, wir haben das in Kategorien eingeteilt, ich würde dich jetzt mal in die große Kategorie packen, du bist ja schon ein paar Jahre da. Ja, 1,75 ist auch groß. Ja, 1,75 ist riesig, Dave. Aber ich würde dich jetzt mal in die große Kategorie packen und da wären deine Konkurrenten, deine aktuellen Konkurrenten fürs Podium, Tim Heinemann, Noah Eder und Mabix. Nur ist die Frage, wo würdest du dich denn ansiedeln wollen? Also Mabix ist reingegangen mit 311 Kommentare. Tim Heinemann mit 164 auf der 3, die haben das übrigens alle drei erreicht und Noah waren 200 und ein paar zerquetschte. In welcher Zeit muss man das denn erreichen? Das ist völlig Schnuppe. Es geht einfach nur darum, dass wir dieses Minispiel spielen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Denkst du von dir selber, dass du Mabix vom Thron stoßen kannst? Also für mich persönlich, du bist mein großer Hoffnungsträger. Also die erste Zahl, die ich in meinem Kopf hatte, bevor du auch irgendwas genannt hast, war 837. Bagger, ich muss die auch alle noch beantworten. Was ist los mit dir? Du musst die auch noch alle beantworten. naja, ich antworte wirklich auf viele. Aber ey, ist okay, ich möchte da nicht intervenieren. 837. Wir können ja mal so machen, Leute, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Für die nächste Runde. Guck, das ist der, nee, dann kann ich die beantworten, weil dann zählt es direkt als zwei Kommentare und wenn ihr dann nochmal Rückfragen habt, dann fragt ihr nochmal. Das ist der YouTube-Profi, da merkt man, ich hab das schon zehn Jahre gemacht, da kann man die Interaktion vorantreiben. Ja, aber es wäre ja auch schön, dich nochmal ein zweites Mal hier zu haben und dann kannst du das wirklich machen. Sehr gerne. Ich kann dann ja auch in Schrift und in Sprachform drauf eingehen, quasi auf die Fragen. Dave, du Schlingel, fürs Podium kann man das schon mal machen. Gute Strategie, mein Freund. Nee, also ich hätte jetzt gesagt, wo ich die Zahlen gehört hab, ich sag mal 444 schaffen wir doch, oder? Leute, was meint ihr? Schreibt mal gerne in die Kommentare, schaffen wir die 444 Kommentare, ja oder nein? Du willst wirklich den Thron, also damit würdest du Tim Heinemann übrigens vom Thron verstoßen und der ist wirklich sehr, der ist wirklich sehr competitive. Nee, der hatte mal die meisten und dann kam Noah und dann kam Mabix und dann ist er nur noch auf drei gewesen und der ist wirklich sehr competitive. Ach so? vom Podium würde ich ihn stoßen? Du würdest ihn vom Podium stoßen. Ja, dann, dann ist das halt so. Naja, hast halt Peck gehabt, Tim, aber Arsch dran, ne? 444. Man muss im Leben auch die Sache mal sportlich sehen, mal gewinnt man, mal verliert man. Ja. Ich halte so. Ich meine, dafür ist er in der DTM gefahren, ich noch nicht zumindest. Und sogar ein Sieg eingefahren in der DTM. Ja, also Leute, schaffen wir die 444 Kommentare, sagt mir mal, ich würde es gerne wissen. Oder schreibt gerne in die Kommentare, wie illusorisch findet ihr diese Vorstellung? Es ist wirklich, also es gibt, also das würde ich dir wirklich auch ans Herz legen, die dir durchzulesen, weil gerade aus der SimRacing Community, die Leute bauen immer sehr witzige Kommentare um diese Zahl drumherum, damit das nicht so einfach nur eine Zahl ist. Da steht dann sowas wie, ich hatte 444 Herzinfarkte, als Dave 2019 seine Formel 1 Saison spielte. Und nur so ein Zeug steht da drin. Und ich kann dir das wirklich nur wärmstens ans Herz legen, da sind echt Perlen dabei, die da so zutage kommen. Ich freu mich drauf. Ich auch. Ich seh jetzt schon, Dave, der Hamilton-Fanboy, natürlich nimmt er die 44 mit rein. Oh oh. Das ist halt so, ne? Ich werd reingezogen in diese ganze Formel 1 Thematik. Das ist deine Strategie, du Lümmel, mich da so reinzul... Ah ja. Ja? Ah ja. 444, Dave. Also, ich sag mal so, ich guck jetzt extra noch mal ganz kurz nach, weil ich find die Zahl wirklich gigantisch. Wenn du das schaffst, Dave, dann zieh ich dir, zieh ich meinen Hut. Ähm, ich glaube... Wir haben das gefragt. Leute, welches war euer erstes Videospiel? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Dave ist einfach der Macher. Ihr könnt auch alle Fragen in einzelnen Kommentaren beantworten. Also, bei mir war's Gran Turismo 1 und Formel 1 auf der PS1. Was war's eigentlich bei dir? Mein erstes, äh, Rennspiel? Schreib's in die Kommentare. Dave, ich schreib das jetzt wirklich in die Kommentare. Ich schreib das, du hast mich jetzt gefragt, ich antworte in den Kommentaren. Nur für dich, Dave. Aber pin's auch nicht an, da müssen die Leute suchen. Ja. Ich schreib's... Da hast du extra Verweildauer auf deiner Webseite, bam. Ich schreib's extra unten rein. Das mach ich, Dave. Und lass dir auch gerne ein Abo da, Leute. Drück den Daumen nach oben, lass ein Abo da. Und wir wirst auch mindestens 444 Likes schaffen. Für Dizzy. Dave, du wirst einfach fantastisch, ne? Das ist das erste Mal, ich mach das bei anderen, mach ich das auch immer. So dieses, weil da muss man sich nicht schlecht fühlen, weißt du? Wenn man das selber immer so macht, das hat immer so einen faden Beigeschmack. Aber wenn jemand... Man fühlt sich so schäbig, ne? Ja, genau. Aber wenn jemand kommt und das macht so, oh geil, Alter, lass dich richtig gehen, benutze, benutze alles, sei dreckig, sei schmutzig, Junge. Oh, und dann muss man immer nur sitzen. Hm. Ja. Ja. Dave, du machst das gut. Wenn ich zu dir komme, mach ich das übrigens auch. Aber richtig. Aber richtig vom Leder. Was halt cool ist, warum ich die 444 genommen hab, wenn man die 444 in einem Kommentar abschickt, dann passiert so ein Special-Effekt. Das hat YouTube in den Kommentaren frisch hinzugefügt. Echt? Also wenn in einem Kommentar 444 drinsteht, dann kommt ein Special-Effekt. Ja. Willst du mich jetzt verarschen oder ist das wirklich so? Das sag ich dir nach dem Podcast. Ach so. Dave, Alter, aber wirklich alle, aber wirklich alle Maßnahmen werden hier ergriffen fürs Podium. Ey, ich feier das gerade richtig. Wir ziehen alle Register. Ey, deswegen haben wir dieses Minispiel. Ich find das voll schön. Also, das ist echt, also das freut mich auch sehr, dass da alle so begeistert auch mitmachen an der ganzen Sache. Das ist wirklich schön. Oh Mann, ey. Dave, bei uns ist es so, dass die Gäste immer das Schlusswort haben und den Podcast abschließen. Ich würde dir jetzt noch ein, zwei Minuten Zeit geben, weil ich selber abschließe und dann darfst du hier zumachen. Du darfst völlig schamlos, ohne Grenzen, für dich selber alles bewerben, was du bewerben möchtest. Sag ich dir gleich. Du kannst gleich volles Brikett reinhalten, alle deine Kanäle, meinetwegen auch... Auf mein Merch. Genau. Genau. Und ich an dieser Stelle möchte mich verabschieden und dir danken, Dave, für deine Zeit. Das war wirklich sehr schön, dich mal, ja, außerhalb von, wir fahren mal zusammen, Formel 1 auf Spielberg und du machst mich fünf Sekunden schneller zu treffen und mich mal mit dir zu unterhalten und ich hoffe, dass wir uns tatsächlich irgendwann nochmal wiedersehen in einem geraumen Zeit, ja, in so einer geraumer Zeit und wir einfach nochmal so ein Gespräch führen, weil ich das sehr schön fand heute, mit einem Creator einfach mal sich gehen zu lassen, über Schrauben zu reden, über sterile Zimmer und sonstiges, was so im Leben stattfindet. Das fand ich sehr schön. Danke, Dave, dafür und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und du, Chad, ciao, kakao. Ja, Chad, vielen Dank euch fürs Einschalten erstmal. Danke, Dizzy, dass du mich hier geinvited hast und für dieses super, super angenehme, entspannte Gespräch und ja, ich glaube, ich muss da auch nicht mehr so super viel zu sagen. Ich wäre auch ready, eigentlich jetzt direkt im Anschluss schon, für einen zweiten Podcast. Da können wir uns immer, ja, wir müssen neue Themen suchen, Gartenpflege oder so. Nee, und ansonsten, ja, merci alle fürs Einschalten und alle, die irgendwie auch bei mir Zuschauer sind, waren, sein werden, wie auch immer. Auch da schon mal vielen, vielen Dank für den ganzen Support, weil wir haben es vorhin gesagt, das ist so eine surreale Situation, in der man sich befindet und die, man ist nur die eine Seite der Geschichte und so ohne die andere Seite funktioniert das halt auch nicht. So, insofern, man tut zwar selbst ein bisschen was dazu, aber ich glaube, den bären Anteil trägt dann die Community. Ist so. Und jetzt mache ich richtig schamlos, dreckig Werbung für Dave. Ihr solltet alle Dave Gaming Kanäle abonnieren, überall. Also, ob das Instagram ist, ob das Twitter ist, ob das YouTube ist, spielt keine Rolle. Folgt da einfach richtig schmutzig und dreckig rein und dann machen wir die 444 bei Dave voll. Das wird der Plan eigentlich. Also, wir müssen gucken, dass wir in Zeitraum X 444 Abonnenten bei Dave draufdrücken. Das schaffen wir auch noch. Ja, und dann kann ich sogar, ich mache es jetzt nur, damit du nicht das Schlusswort hattest, damit der Gast tatsächlich das Schlusswort wieder hatte, weil du das ja so machst. Für die Geduldigeren unter uns, geht mal auf dg-news.de. Das ist meine Webseite, auf der ich auch Artikel schreibe zu hauptsächlich Formel 1, aber auch über Rennspiele allgemein. Tschüss!